Hallo zusammen, ich bin Yelza, ich mache das KV und bin im dritten Lehrjahr. Und ich bin der Sami und auch ich bin im dritten Lehrjahr. Bin ich bei euch immer im Büro? Nein, kein Fall. Bei uns ist man am Patientenschalter sowie im Backoffice. Das heisst, es gibt auch verschiedene Standorte wie Städtbach, Campus, das heisst im Spital oder in Schlieren. Was macht die KV-Ausbildung in einem Spital speziell? Also wir sagen, es ist wie eine Stadt in der Stadt, da siehst du einfach alles. Ich finde es schön, dass man nicht nur im Backoffice ist, sondern auch den Spitalalltag selber miterleben kann. Wie gross ist das Lernende-Team? Insgesamt sind wir 18 KV-Lernende, was ich cool finde, weil wir es mega gut miteinander haben und uns immer gegenseitig helfen. Und wir organisieren zusammen auch Events, zum Beispiel letztens sind wir gerade in das Gateroom gegangen. Was hat dich an deiner Lehre positiv überrascht? Also abgesehen von der Kaffeepause. Mir hat es gefallen, dass ich in Voruntersuch und Sprechstunden dabei sein durfte und das auch selber live mitzuerleben durfte. Und wie mein Alltag aussieht, zeige ich euch jetzt gerade. Kommt mit! Das heißt, ihr habt die KV-Ausbildung in der Stadt, die Säden 2, 3, 5, 5, 6, 10, 11, 11, 11, 11, 13, 13, 24, 14, 15, 15, 16, 13, 15, 20, 16, 25, 21, 17, 17, 20, 18, 24, 20, 18, 24, 25, 20. Hat es dir gefallen? Dann bewirb dich jetzt bei uns.